Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin. Aus gegebenem Anlass haben wir schon. So, na, dann streichen wir es mit. Wenn ich bekannt machen darf, das ist Herbert. Dr. Brockstedt, unser Personalchef und kaufmännischer Leiter. Ich habe Sie zusammengerufen, weil ich Ihnen eine Rüge zu erteilen habe. Da gucken Sie, was? Das schreibt man ja wohl immer noch groß. Und alles so ohne Diktatzeichen. Semmler, angenehm. Panisch. Wenn Sie gut sind, kommen wir bestimmt miteinander aus. Ich bin die Gabi. Gerne. Gerne, Gerne. Bist du eh, ne? Sag ich doch, dass ich zu dick bin. Sag mal, habt ihr alle ja so einen Hau in der Firma? Gott, lass mich. Das tut mir leid, Tini, ich erwarte noch jemanden. Ich möchte mal wissen, was ihr alle gegen mich habt. So langsam kriegt die Firma ein Gesicht, ne? Naja, wir werden nur so ein richtiger Musterbetrieb.